Also die Bilanz ist sehr gut. Wir haben zwei Tage einen größeren Verkauf gehabt. Das bedeutet, dass wir alles, was die Landesgartenschau an Material noch übrig hatte, haben wir versucht zu verkaufen. Jetzt ist es so, dass wir zum Schluss nur noch die Merchandising-Artikel verkauft haben und die Bilanz insgesamt ist sehr gut. Wir haben 20.000 Euro insgesamt ungefähr eingenommen. Wir hoffen, dass es heute noch ein bisschen mehr wird. Also die letzte Zahl hinsichtlich des Piet-Verkaufs lag bei 5.500 Piet's. Die Leute waren sehr glücklich mit den Piet's, nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen. Viele haben sich gefreut, jetzt einen Piet noch bekommen zu können. Ich möchte nicht wissen, wie viele von diesen Plüsch-Piet's jetzt auf den Sofas in Parmenburg platziert sind. Also wir hatten an beiden, an den großen Abverkaufstagen hatten wir sehr viel zu tun und jetzt in den letzten anderthalb Wochen ist auch sehr viel los gewesen. Wir haben uns gefreut, dass so viel los war, waren aber auch überrascht, dass so viele Leute gekommen sind.